hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video von how to's heißen und heute ist er leider ein bisschen k.o. von der schule deswegen ist er auch ein bisschen verrückt heute machen wir mal cappi toast day nein was hast du für einen kleinen kopf ja okay nicht großemachen einfach so drauf du hast irgendwie jetzt läuse oder so und ich hab auch läuse ich hatte noch nie läuse und ich werde auch nie bekommen also einmal in meinem leben läuse und sind wir so ein fetter su geil das ist der letzten fähigkeitsstufe 4 also bist du auch so gehypt dass wir eigentlich bald level bauen können ja aber dafür sogar diesen geilen stift hier weil wir eigentlich gar nicht in der form benutzen können was wollen wir ja doch machen musste doch zurück mit dem ah i guess es ist glaube ich weiß was wir wollen ich nicht ist eigentlich auch ein bisschen du darfst gerne ein bisschen ja alles gut mal sehen die doch du kannst die alle das müssen wir doch machen und da kommen hier dann kriegst du wetten wetten die respawn halt einfach wette so hart dass die eine klasse respawnen die respawnen werden wieso nicht ich glaube die respawnen bleib einfach so einfach nur runterfallen wie durchfall der auch immer runter ich meine vergleiche das video heißt hau du scheißen war das auch angenehm an durchfall gerade ich hab mir dabei schon was gedacht denkst du nicht ist aber so so dieser wummsblock hier der wumst der war ganz schön rum ja ja ich klar woher ich war doch da oben drauf ich lach mir schlau ich lach mir schlau haha muss groß muss groß muss groß bruder haha so lala du lala kannst du nicht auf den tisch legen sonst tut das mikro von mir komplett hier ausrasten und ist auf den raum nein weg vom tisch hier kuss kuss die wache fliege wo soll ich mich dann hinlegen gar nicht hinlegen du bist ja wohl nicht müde über deiner schule wo du dich hinlegen darfst ich darf mich nicht in der schule hinlegen machst aber trotzdem strengst alles verboten es gibt einen verweis wenn man das macht ein verweis direkt ein verweis wir hatten aber heute einen Metzinger die gepackt das sagt doch nicht andauernd die Namen von irgendwelchen lehrern wer weiß wer weiß dass ich habe einen verweis keiner weiß es aber es habe auch keinen echt du hast keinen nö das glaube ich dir nicht ich hätte aber beinahe einen das bekommt für dieses friday for future demo echt was du auch ja da warst du noch nicht an unser Zoom irgendwie so krass aufkommen weißt du auch wer sind von dem nö sag mal block hier fang du mal zu lesen ich wusste dass die verweise geben und das nö wir haben die bei uns jetzt alles gar nicht mal so hier kein zwei was um ok bevor du langweilst du dir auf spielen ok da freut sich doch der gast ja ja aber dann langweilst du dich doch nähe ich musste er ist sehr glücklich über den Stift die 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 ist er zu müssen tatsächlich für die Box sei ich die Box cool also ich finde es ist kann er machen als mit anderen Box aber er hat die Muster vollkommen das hat es keiner gefragt ich habe aber trotzdem geantwortet hihi ja ja darfst du nicht ich habe keine Ahnung was hier gerade eskaliert so hm 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 das ist aber zu lang das ist kritisch ne große hihi wieso tut sie das wieso tut sie das wieso tut sie das und mein Handy ich bekomme zu viele Nachrichten ich habe eben mehr kontakt als jaja klar bruder muss los original originale scheiße in der Tat in der Tat in der Tat ich hab den Linken von Newellen in der Tat so Doppelgeschütz also jetzt kann ich nicht mehr sterben ich bin gespannt einfach weggeschoben wenn ein was stört einfach wegziehen ich hab einfach krasses Gefühl weißt du was wir jetzt machen ne Bruder Bruder du wirst groß der wichtige Schuh ich werde doch nicht unterstürmen ich werde doch nicht unterstürmen ich werde doch nicht unterstürmen Bruder Bruder muss hu da oben ist der Mitwölf Lagerl schweigen Türt hört große Worte solicit was wird es machen Sender wie sie nur ich muss danach war es nur denn ich würde jetzt mit dem Schloss weiter weiter mit dem Ort der Kumpflos also die von dem typ neben dem schloss halt nicht nur ich bin heute offen es gibt aber noch ganz 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 viele von zum beispiel von frosch sehr wichtig ja aber das was kommt aus spieler kann die spieler weil eine cool ist aber ich will dann kann jetzt immer da ist es mit der cloud speiserung funktioniert das feier ist du brauchst doch keine zu wenn du das heißt ding hast das sind geister gleich da kann man nicht töten ich habe drauf ich hasse diese kleinen dinge da muss noch etwas freischaufeln schaufeln ja was war das denn ich hab dir dann zugebrauchen wollte das ist der krasse hände schusseli wusseli sagt doch was dass du nix hörst so und das ist aufgesaugen oh ich hab einen froschhut ich möchte echt wissen wo man diese dinge hat hörst du sound deswegen habe ich doch wohl nix gehört es gibt aber noch ein paar aufträge ja das gibt es noch von einem rubbeltypen aufträge schau mal das rote rohr ja und dann tadaaa ne erde das hast du gerade erde gesagt das hast du gerade erde gesagt ein lassen auf der kabel es nachfinden das muss die tieren im geist der style plöcke willst du ja gerne ja bitte jetzt zeige ich es wo da rame hängt dann schau ich mal ob mir jemand geschrieben hat oh mein gott das erste mal gefüllt das mau maker irgendwie so ein schau mal das finde ich gut bei denen dass die neuen dass du nicht mit instan gekillt wirst wenn du da drauf bist ja und das ist halt einfach notwendig dass man das machen muss ich finde die 3d world ist echt cool ja ich finde die style auch total geil weil stiwalt ist eher eins meiner geilsten Lieblingsspiele überhaupt oder ist eigentlich das himmlisch mein Lieblingsspiel überhaupt umso mehr mag ich diesen geilen 2d style also ich wirklich ich mag schon die land est est gern so krass viele erinnerungen mit dem spiel verbunden ich kann es nicht glauben oh das kann ich echt nicht glauben zum beispiel diese erinnerung ey so was machst du doch jeden mal nein mir natürlich nicht doch mein scherz natürlich das passiert jedem aus dem art das spiel ist dann kann es einem auch nur schwer passieren auch wenn das der 3d world hier wirklich in 3d ist und hier nicht vielleicht ist trotzdem man fühlt sich trotzdem wie ein 3d world ja weil die einen krassen hintergrund gemacht haben so ich mag ich mag das spiel wirklich gern was wollen jetzt hier für meinen ich fand echt odyssey cool schuss ja odyssey war cool aber ich fand eigentlich schon cool aber ich fand mehr Spieler von dem Spiel einfach nur unnötig beschissen ja aber ich spiel es immer eher also weil ich finde bei TvD war das halt echt geil das ist ein 3D Mario also eigentlich ist mein Lieblingsspiel eigentlich ist es ein Galaxy 2 weil das ist mein erstes Mario Spiel allerdings die Wii war tatsächlich meine erste Konsole mein erstes war Super Mario Bros auf DS auf Nintendo DS alter ja was zum naja aber zuwiefern ist halt das kann man halt mit Freunden gespielt ich hab nichts lustigeres hier ist ein Beispiel dieses Level mit diesen Plattformen die man springt ist immer da ähm so ähm äh so wegswenken wenn man das dann irgendwie zu zweit spielt und dann immer genau anders springt das ist äh sehr lustig so schnell so schnell was macht man jetzt hier die Schwestern gehen sterben wie soll das gehen abzuhlten dem Umfeld die ich oder aber immer ein Gehmer und dann du hast mich jetzt auch die ganze Zeit gespielt hier ne du darfst du nennen mit dem ersten mit dem besser als ausglichen der nächste ist ja ausgeglichen die bisher um es hatte praktikant deshalb da musst du spielen das wird uns wasser wasser ins sehr heiße wasser nicht mal normal ja machen wir mal bestes spätziel Böschte der Sand trinkte nein 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 Kind ist gut ja das war heute erstes Sound ja wir wollen gar keinen Sound nicht mehr haben ja weil es verstört alle wer hat das gesagt ich hab's gesagt ja mich verstört ist wenn du irgendwas lässt du sollt nimmst an mach dass die keiner haben möchte weil die eine high quality von diesem Sandal ähm verwerflich macht ja warum hast du die davon was warum hast du die dann ja weil man die auch gut einsetzen kann aber du kannst es nicht natürlich kann ich die gut einsetzen und überhaupt das davon ist weil ist der weil ich nicht um es halt praktikant bin Kappa aber echt ich finde man sollte nicht bezahlen du spielst hier nicht auf dich denn du spielst hier freiwillig du spielst hier kostenlos geile neue Spiele das ist besser genug mein Freund wau 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 du musst mich jetzt gleich nicht komplett zu benebelt anstellen äh wie geht denn das ganze nochmal ah ah ja ich weiß wie man springt man weiß ja nie stell dir vor alter da kann man halt ja niemand ja auch nichts anderes machen ne flippt man schon ein bisschen alter alter wirst du da jetzt verreckt dann hätt dich die Oat gelacht ey das wär echt geschlossen oder es hat eine fertige Pfade aber auch das im original zu die weit hätten wir jetzt dann eine Fee bekommen ich weiß hab's hier gespielt eine fairer ich find aber die geschichte ein bisschen so Mauritius ich find die Idee aber eigentlich ganz nett von der Story Mode weil den gibt's am ersten Teil auch nicht das T-Shirt ist hier doch scheiße im letzten Video hab ich gesagt komm mal hier ist halt ähm der Schloss geht jetzt halt nicht weiter ne das sind nur unnötige Nebenaufgaben jetzt sind es nicht soll ich dir was zeigen warte der Typ hier rubbelt auch nichts mehr hier es gab etwas das wollte ich dir noch zeigen dann zeig was dann ist du es wieder dran warte war das dort stimmt der hatte noch Aufträge nein nicht du ich wollte dir zeigen wer noch Aufträge hat und diesen Block den wir letztes Mal gewonnen haben bei Mauritius da ist Münzen ist ja krass ich bin äh restlos begeistert ich will diese Aufgabe machen ich will diese Aufgabe machen ich will diese Aufgabe machen ok das machen wir alles erst im nächsten Part macht's gut bis zum nächsten Mal und ciao Dank gucke.. danke gooo dak Geil.